Trololololol! Trolololol. Kriegst du alles noch wieder zurück, Chicken? Kriegst du alles zurück? Ein ganz toll publishedst! Warum dann doch erst hier vorbeigekommen bin? Ich bin voll der... Ninja. Darum muss ich doch jetzt als China rumlaufen. und dann hier die Tüte 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 von was war eigentlich immer die Melodie ich bin nicht ganz sicher ja was sie in was sie überhaupt jemals sicher vielleicht keine Ahnung wer weiß nun mal da oben muss ich wieder auch beleben wieder auch beleben vor allem sonst würden wir an einer bestimmten Stelle runterfallen nur nein Chicken, du hast die andere noch nicht wiederbelebt das Grinsen von dem Blumenmonster das denke ich auch nicht so was für den Chicken so viel Wind um nichts wie noch Chance Ah schon voll wieder eigentlich müsste ich ja mit China kämpfen damit sich ihre Leiste schneller füllt eigentlich 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 ja Chicken muss es eigentlich so vieles also so eigentlich theoretisch könnte Storm and Rain kämpfen weil Revivalize muss ich noch ein paar mal einsetzen ja erstmal die anderen erstmal die anderen äh äh falsche Richtung komm Blumevee Blumevee eigentlich müsste ich ja Chinas gewisse Attacken befähigen die Frage ist mir oft was muss er einsetzen ich kriege das Timing nicht in Hilfe ich kriege das Timing nicht in Hilfe hmmm Phuton Phuton Und dich wieder verwelken lassen. Gute Nacht. Das ist aber nicht wie Blumen schlafen. Sie sind tot. Jetzt müssen wir sie beerdigen. Voll gewalttätig hier eigentlich. Wir lassen Blumen sterben. Ja, Chicken. Lebensmittelvergiftung. Sie müssen zum Arzt. Ruft einen Arzt. Jetzt aber. Fast. Was machst du? Nach oben. Nicht ganz nach oben. Ah, je. Wisst ihr, was toll wäre? Beziehungsweise nicht toll wäre. Ein falscher Schritt und wir dürfen alles nochmal machen. Welche Blumen nehme ich denn jetzt? Nehm ich die Kälber oder die... Lila. Purpur. Was auch immer. Violett. Magenta? Rosa? Was wollt ihr sagen, ist das für eine Farbe? Also die Blütenblätter. Also die Spitzen sind auf jeden Fall rosa. Röserlich. Aber das muss ja nichts heißen. Ich meine, die Blumen hier ist auch gelb und die Spitzen irgendwie so leicht bräunlich. Ich nehme dich jetzt einfach, was ich gerade davor stehe. Oder konnte ich dich so weit füttern? Und dann... Was du dein Timing änderst? Muss man das Timing ändern oder... Wahrscheinlich muss ich hier mit ihr hier fliegen. Fliegen, ja. Wieso Flugzeug fliegen? Nur halt mit Blümchen. Okay. Die lila, purpur, magenta, rosa. Ich sag jetzt einfach, die ist magenta. Ja, und da unten kommt der Luftstrahl. Von der Blume. Die wir unten gelebt haben. Ähm. Ich muss auch auf den richtigen Wind achten, Chicken. Äh. Wo bin ich die anderen überhaupt hin? Ich glaube, die sind nur dafür daumen, hier wieder runterzukommen. Oh nein, Chicken sagt wieder das G-Wort. Glauben. Das heißt, man kann sich nicht auf ihr Erinnerungsvermögen verlassen. Aber hier ist eine Höhle. Mit. Nein. Eine Mimik. Teufel draußen, Krankenwagen fährt. Schon mal vorbestellt. Fresskiste. Ach, ich habe gerade nichts zu tun. Magisches Auge. Ist das jetzt gut oder schlecht, was da steht? Ich glaube, die... Ich sehe schon, die kann nur durch magische Angriffe verletzt werden. Warte, 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 warte. China. China. Oder geht das auch so? Wenn ich mir mal Feuer gebe. Geht mal Feuer. China. Was habe ich gerade gesagt? Ich fliege gleich und stelle mein Team um, wenn du hier Zicken machst. So, dann mache ich dir Schaden. Fragt er und... Okay, China ist das der einzige, der Schaden machen kann. Sollen wir fliegen? Wie no, Prezera. Du machst keinen Schaden, ne? Wir können auch als Kanonenfutter lehen. Ich meine, ist schon 4200. Das zieht so wenig ab. Ich bin fast tot. Ich muss mir eigentlich ja die Opportunity nutzen. Ich stelle mich jetzt als Raid vor die Kiste. Sodass sie Schaden nimmt. Oberlimit. Ja, du haltst mich, Zerlos. Ich lasse mich von der Kiste angreifen. Greif mich an, Kiste. Hier ist Dizzy. Don't do this. Don't do this to me. Beziehungsweise, warte... Links... Reign... Revivalize. Man kann nicht die Kiste angreifen. Ich kann Revivalize so ein bisschen... ...skillen. Falls ich nicht vorher sterbe. Aber hey, ich bin fast over the limits. Hm. Danke. Ja, oh god. Get him! Earthbite! Angelfeathers! Verbraucht aber ganz schön lange. Get him! Feuerball! Was hab ich eigentlich? Items. Ne, Ausrüstung. Ach, die P-Verbrauch. Dann kommt das erst später. Mit der Castzeit. Ich bin echt gleich tot. Ich will doch nur Sachen ausprobieren. Warte, ja, Jeans. Du hast grad nichts zu tun. Hat Judgment jetzt wirklich nicht getroffen? Du kannst doch aufhören mit Revivalize. Ich bin bereit für das. Ich bin bereit für das. Ich bin bereit für das. Greif mich nochmal an. Hier ist Payback. Hm. Ich bin bereit für das. Brechen. Wollt ihr eine Charge? Thunder Arrow! Oh, Heiliger Mann. Ich bin bereit für das. Ich bin bereit für das. Ich bin bereit für das. Was mich reizt hat, verkackt. Und sie waren nur noch beim Revivalize. Oh, Carsten. Oh. Ich krieg auch gar nichts in heut. Judgement. Höh. 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 Wie hat die Truhe eigentlich noch? Keine Ahnung. Ready? Revitalize. Höh. 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 Ich komm mir so erbärmlich vor. Höh. So den Quatsch mit Revivalize sollen wir sein lassen. Los greif mich nochmal ein paar tausend Mal an Truhe. Höh. 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 großen Spiralflare. Höhö. Höh. Höh. Ha. Höh. 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 Gleau. Wie lange dauert das eigentlich, bis man Overlimit hat? Mich angreifen! Kannst du überhaupt hüpfen? Ja. Aber nicht drüber.